UNTERTITELUNG 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 Es ist im Moment ein weiteres Produkt, der der in Deutschland gehalte ist, und die ersten und die ersten zwei, die ersten und zwei Jahre starten, die eine profession- und professionnelle, professionnelle und professionnelle. Der Fall ist das ein der Anstieg, der die die Einwanderung der Einwanderung der Widerstand in der Anwanderung, der Sie gesagt haben, dass Sie nach Ihrem Nader haben, in der ersten Zeit, die ich nicht mit der Erden überrascht. Wir haben sehr viel, sehr viel gehalten, es bekämpfen und abkühlen und einen Ausfüllen. Ich habe mich mit Puferde einen herumschauen, aber wenn man mit der Anlegung aus Gürbänen hat, dass die Einfälle der Anlegung die die Verkürbänen durch die Anlegge der Anlegte mit den Anlegung für den Asen gibt es, dass wir in den Gürbänen. Sehr geehrter Herr Präsident, wir dürfen uns sehr herzlich bedanken. Wir sind sehr gerne gekommen. Das hat etwas damit zu tun, dass unser Land seit vielen, vielen Jahren in einem engen freundschaftlichen Verhältnis steht. Und dass wir natürlich auch mit einer gewissen Bewunderung sehen, was Sie unter schwierigen Umständen hier in Indien erreicht haben. Die Idee eines starken parlamentarischen Systems kombiniert mit einem starken Verfassungsgericht ist etwas, was uns sehr vertraut ist und von dem wir glauben, dass es eine gute Basis ist für Wohlstand, Freiheit und für ein, wenn man so will, gutes Leben der Bürgerinnen und Bürger in ihrem Land. Aber solche Systeme sind immer in Bewegung. Man muss immer lernen, wir lernen voneinander. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und gerade in diesem Prozess ist der Diskurs mit Freunden von ganz besonderer Bedeutung. Und insofern freuen wir uns auf die Gespräche, die vor uns liegen. Aber wir haben jetzt schon Gespräche mit dem Stadtverdienten und dem Minister gehabt, die auch sehr ertragreich waren. Und insofern sind wir voller Hoffnung, dass wir auf diesem Niveau auch diese Gespräche fortsetzen können. Die deutsche Politik, aber auch wir als Verfassungsgericht schauen sehr intensiv auf ihr Land. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es uns in vielerlei Hinsicht als ein Vorbild erscheint, wie man in einer schwierigen Situation sich gut entwickeln kann, umsichtig agieren kann, mit verschiedenen Partnern in einen guten Austausch treten kann. Und insofern kann man hier von Ihnen und Ihrer Entwicklung auch viel lernen. Und wir haben die Hoffnung, dass auch vielleicht andere Länder in der Region von Ihnen diese Dinge, die Sie auf den Weg gebracht haben, werfen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.